Traurig aber wahr. So. Aber wir können zumindest zwei Leute nachbesetzen. Leider Gott, es ist da kein Heiler dabei. Aber wir können einen dieser Schildbrecherinnen reinnehmen. Das ist eine der neuen Gruppen. Die kann man ja eventuell... Genau. Also mal ganz kurz mal auf den Ding geschaut. Also es ist schon ziemlich gerade. Die letzten beiden sind also... Er lag den Gifthauch. Beziehungsweise... Er wurde von der unvollkommenen Fleischkreatur gekillt. Wie geht's? Jetzt. Ja. So. So. Ja. Genau. Du bist... Und gerade die Geiselung ist... Gerade beim Aufwischen. Alles klar. Gut. Schauen wir mal. Können wir trotzdem irgendwas leveln? Ein bisschen was umwandeln vielleicht hier. Ein paar Bilder. Hier. Damit wir so ein paar Sch... So. Damit wir hier 18 haben. So. So. Und... Die Bilder. Wie viele Bilder mache ich? Für drei. So. Ja. Trotzdem kann ich hier noch... Oh ja. Das letzte... So. Gott sei Dank haben wir ja... beim letzten Mal... das große Dungeon gemacht. Das heißt wir haben zumindest etwas Kohle. Was das angeht. So. Du bist... So. So. Einmal durch... Durch... Dingsen. Bombsen. Genau. Dich können wir auch nur leveln. So. Ja dann aufbrechen. Was bist du... Meereshöhlen. Gespätsel ist die Melotin. Gespätsel ist die Melotin. Ah. Die Sirene haben wir da noch gar nicht gekillt. Ich dachte die hätten wir schon. Ja dann machen wir die auch noch. Die Frage ist nur... Äh. Haben wir jetzt eine Heilerin? Ähm. Ja. 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 Es... Ist jetzt nicht besonders... Ähm. Aber du hast zumindest den Rahmschnabel. Das ist so... Seemigut. Guten Tank vielleicht noch. Genau. Wir nehmen da so ein bisschen mehr mit. So. Oh nein. Also. Geh mal aufbrechen. Okay. Okay. Dann gehen wir die Sirene suchen. Oh Scheiße. Jetzt haben wir das Blut vergessen einzupacken. Ah. Das ist jetzt Mist. Ich habe jetzt voll vergessen das Blut einzupacken. Uah. Ich hoffe, dass ich die im Dungeon finde. Eine Blutkonserve. Sonst habe ich es mir jetzt unnötig schwer gemacht. Wie schnell die Zeit dreht. Wie schnell die Zeit dreht. Wie schnell die Zeit dreht. Unverschissene. 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 Die Blutkonserve. Die Blutkonserve wieder nicht mitgenommen habe. Und jetzt hoffen muss, dass ich sie im Dungeon finde. Die Blutkonserve. Wie schnell die Zeit dreht. Und jetzt tun sie das... Gut, du schützt den Falschen, das ist okay. Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH 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 So, mal hinten einmal drauf gehauen. Da hinten steht auch einer, den ich jetzt eliminiere. So, jetzt sind nur die Backzell-Kotzis da. Die werden wir jetzt auch töten. Die beiden Kotzis. Töten wir die Kotzis. Yay! So, der letzte. Heilen wir die letzten Helden. So. Töten wir sie! Töten wir sie! Jawoll! Und einer weniger. Und kein weiterer hat sich angesteckt. Und wir haben eine Blutkonserve und einen neuen Brief bekommen. Eine weitere Einladung an unseren Held, an unseren, an unsere Gruppe zum Hof zu kommen. So, wir gehen jetzt nach oben. Dann haben wir nämlich den Teil hier ein bisschen abgegrast. Begült. In Radiance, may we find victory. So. Die Weg ist dritt. Die Weg ist dritt. Die Weg ist dritt. Die Weg ist dritt. Wir brauchen nur die Belgen zu folgen. So. So, bis in Saberhainn. So, an Action Rack. So. Bisschen höher. Wenn die Zwei jetzt angreifen, kann ich dann jetzt voll abdrehen und sie töten. So. Die haben nicht stehen. Warum bleibst du stehen? Ah, mit Ohren. So, dann kannst du zumindest etwas näher kommen. Zumindest ein Feuer hättest du das machen können. Das einzige, was wirklich sehr lukrativ sind. Ist ich jede Menge Blutkonserven. Das ist ziemlich geschmeidig. Dann lohnt sich das Ganze ein bisschen. Du kriegst trotzdem was zu essen, auch wenn du es nicht möchtest. Und du kriegst das alles. WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH So Und hochgeheilt wird auch schwerer Das ist auch miesenblöd Was? So, du bist weg So Und weg, Gieser So, jetzt kommen wir Wir wollen dich jetzt killen Entweder alle mal Und jetzt der richtige Test Halt schnell Oder expire Gut Sehr schön kritisch geheilt Und weg, Gieser So A trifling victory But a victory nonetheless So So Ah War nicht so gut Ne, ne War nicht so gut Ne, ne Ne, ne Ne, ne Ne, ne Wir haben auch kaum Fackeln mehr Ja Wir gehen weiter rüber Alter Wie viele Gegner hat dieses Mist Dungeon? Und nein Nicht einmal kleine Löcher Nein Große Löcher Ganz große Löcher Mann Ich möchte doch nur den Weg schaffen Damit ich Pausen machen kann So, du bist mal weg So 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 Und der wird auch noch geheilt Ich liebe sowas So Ich hoffe, dich trifft das Gift Ja, dich trifft das Gift Das ist schön Oh 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 No Oh Tö Oh So, ich habe was zu vergiften, nein. Aber wir schaffen es wieder halbwegs hoch zu healen, auch wenn der Stresspegel sehr schnell steigt. So, du bist weg. Damit verlierst du deinen Schutz, Melior. Damit kann ich dich da hinten nämlich auch angreifen. Und ihr zwei seid weg. Puhlische Hörer. Brot low und in den Wald. Gut. Die Hundekuchen werden wir mal für Speck hauen, weil die brauchen wir. Das sind wir Schätze halt wirklich lieber. Oh, ein Tick wurde entfernt, das ist großartig. So. Den Weg gehe ich noch nach hinten. Lauter fein. Wunderschönheit wird keine Klinigkeit in diesem Ort finden. Boah. Alter, ich habe nur Pech gerade. Gut, ich kann dich jetzt hier, ich kann hier Feuer machen. So. Ich kann ein bisschen heilen. Okay. Okay. Dann ruhen wir aus. Keine Nahrung mehr. Dann ruhen wir weiter. Der Kampf ist gestorben. Eine blazende Star ist geboren. Damit gehen wir zurück. Und ich hoffe, dass da jetzt kein allzu schwieriger Kampf kommt. Gut. Und ich habe eigentlich schon gehofft, ich habe sie beim ersten Mal besiegt. Das war wohl ein Wunschtraum. Das war wohl ein Wunschtraum. Das war wohl ein Wunscher. Ich hab zu sagen, dass der Mannschaft nicht niedriggeschollert ist, dass sie nicht aufwärmt werden. Das war so. Das war wohl ein Leben. Weiter den Gegengift. So, einer weniger. Der gerade abnervt. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. So, schütze nehmen. Und ich hoffe tatsächlich, dass ich jetzt durchgehend Glück habe. Sonst ist diese Gesamtaufnahme wirklich glücklos, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ist schon klar, ihr seid überrascht. Und weg ist er. Nein, er bleibt doch stehen. Er bleibt doch stehen. Nein, nein, nein. Fuck you, Goethe. Weg mit dir. So. So viel Pech kann man nicht haben. So. So. Der ist weg. Damit kommt die ganze Sache wieder ein bisschen näher. Na, geht der doch. Na gut, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Ich habe keine Lust mehr. Echt nicht mehr, wirklich. So viele Gegner, also das ist schon... Das ist schon eine Farce. Also das ist schon wirklich eine... Das ist schon nicht mehr... Das ist echt nicht mehr witzig. Wie viele Gegner da herumbrücken. Das ist schon ein paar Malen. So, du bist mein Weg. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR und dir was zu essen, dann kann ich das Gold mitnehmen. Und da öffnen wir die Truhe und kriegen den Gift auch. Alles klar. So. So, jetzt mal wieder die ganze Gruppe wieder richtig hinstellen. Ich glaube, so ist es sogar ein bisschen besser als vorher. So, wir gehen runter. Lange, düsteren Gang. Dann müssen wir uns entscheiden, in welchem Weg wir gehen. In der Hoffnung, tatsächlich auf den Boss zu treffen. Oder auch noch nicht gleich auf den Boss zu treffen. Okay, wieder eine Falle, aber ja, sei's drum. Gut, das war doch die andere Seite. Damit haben wir den Tanchen wirklich abgelaufen. Bin ich ja richtig begeistert. Mann, Mann, Mann. Gut. Mal sehen, ob wir den Boss schlagen. So, Boss-Time. Boss-Time. Brust. Da ist der Boss. Sie hat die poor girl in ihrer Image. Sie ist ihre Queen. Und ihre Slave. Okay. Das ist zuerst einmal der Gift drauf. Gift ist immer gut. Ja, Gift ist immer gut bei ihr. Ja, genau. Das war die Besonderheit. Sie bezieht nämlich unsere Helden und die kämpfen dann für sie. Oder für dieses Ding auf gut Deutsch. Und das ist dann Mörder-Mühsam. So. Trotzdem versuchen wir ihr das Gift drauf zu halten. So. Er beschützt jetzt unseren. Was ich auch sehr sinnlos finde. Aber er hat ihn noch gepusht. Äh, ja. Mal sehen, können wir vielleicht noch Blut umzuführen. Das wäre überhaupt optimal. Mal. Hast du so Blutung und Gift? Ja, also Blutung haben wir. Jetzt wird Gift wieder cool. Ja. Ja. So, jetzt kommt unsere Heilerin rüber. Und jetzt haben wir beides. Jetzt tut beides weh. Und ich hoffe, dass unsere Heilerin jetzt kein Blödsinn macht. Er heilt ein bisschen. Also, sie macht Blödsinn auf gut Deutsch. Aber es schaut gut aus. Zumindest diesen Boss schaffen wir. Heilerin rüber. Er ist ein ein Coward ist. So. Oh, jetzt ist sie geschützt. Das heißt, wir müssen den Todel davor erst mal aus dem Verkehr ziehen. Das heißt, bevor wir den Boss weiter materialitieren dürfen, müssen wir dieses Kleinviehfeuer Die Wundungen der Krieg können geschehen, aber nie geblieben. Autsch, tut weh! Ah, der Hund im Ding ist jetzt wieder drüben. Man hilft jetzt dem Gegner. Aber das macht ja nichts. Ich kann ja drüben helfen, ist ja ganz egal. Das einzige, was mir gerade auf dem Arsch geht, ist, dass ich den finalen Schlag nicht nehmen kann. Da dieses Monster noch beschützt und bewacht wird, aber jetzt nicht mehr länger. Das hat mich verdrückt. Das ist ein Mist. Okay. Ich guck auf, die er ist verzweifelt. Aber er verzweifelt zumindest beim Gegner. Und weg ist er. Jawohl, schön gemacht. Und mein Hundeführer ist auch wieder bei der Gruppe. Und meine Heilerin widersteht ganz brav der Bösen Allmacht, fängt aber wieder an zu bluten. Das ist nicht so gut. Brav, auch wenn es das nicht war, sondern der Hundeführer eben selbst, du blutest, das heißt, du kriegst mal deine Heilung gegen das Blut. Und, äh, ja. Du wirst ausfällig. Mann! Es geht mir gerade eben um Mörder am Socken. Und dann, dass ich das jetzt... ...grad nicht so beenden kann, wie ich es will. So. Ihr fehlt ja nicht mehr viel, das ist ja das Problem. Ihr fehlt ja nicht mehr viel. Diesen verdammten Boss-Ding. Ah, mal umblasen und Furt ist... Sag ich ja. Einmal Furt blasen. Furt was. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Ah, einmal standhaft. Son. Ahem. Ahem. Komm, du wirst jetzt sterben. Jawohl. So. Sehr schön. So, mindestens ein Abenteuer gut beendet. Ein Boss heute. Zwei Bosse gesehen, einen erledigt. Und einen weiteren Helden, der Level 3, also den Veteranenrank hat. So, also wieder ein bisschen die Sirene, jetzt haben wir besiegt. Was es übrigens bringt, das kann ich euch auch noch zeigen. Hier in den Felsen der Erinnerungen. Kannst du dir nämlich die ganze Geschichte anhören, chronologisch richtig, wenn du die Bosse besiegst. Bekommst halt dementsprechend immer Hintergrundinformationen, also das ist auf jeden Fall interessant. Gut, also auf jeden Fall verbleibe ich mal als euer Gaming Dragon mit einem heißen Forio für diese Gesamtaufnahme und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Baba. Hallo meine Freunde, das war's von The Darkest Dungeon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr bleibt mir gewogen mit einem Abo und einem Daumen rauf. Der Katze taugt's auch. Unten in der Videobeschreibung den Link zum all meinen laufenden Netzplays und natürlich auch den Link zum lieben Lund, mit dem ich dir das größte Online-Netzplähe. Damit verbleibe ich mit einem heißen Forio für diesen Tag. Euer Gaming Dragon.